Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli. Ich bin nicht umstritten. Ich habe einfach immer recht. Mit diesem Zitat der grandiosen La Stempfli, der Politphilosophin Dr. Regula Stempfli, begrüßen wir zur heutigen Folge Die Podcastin. Ein grossartiges Zitat. Vielen Dank, Isabel Rohner in Berlin. Es ist gefallen am Zusammentreffen von der Die Podcastin. Isabel Rohner und Regula Stempfli haben sich zum ersten Mal in der Wirklichkeit kennen und schätzen gelernt. Wir tun dies ja im denkenden Sprechen seit über einem Jahr. Es war ein extrem tolles Vergnügen, Isabel Rohner, also dich zum ersten Mal in Personamt zu sehen. War toll. Super. Und es war ein toller Anlass, denn wir haben uns zum ersten Mal persönlich getroffen beim Frauenrütli, was stattfand am 1. August. Das ist der Nationalfeiertag der Schweiz. Und dieses Jahr stand er ganz unter der Überschrift 50 Jahre Frauenstimmrecht. Die wichtigsten Frauen der Schweiz wurden eingeladen aufs Rütli, auf diese geschichtsträchtige Wiese. Darüber werden wir später noch sprechen. Und das war natürlich ein super Anlass für uns, für unser erstes persönliches Treffen. Passte grossartig. Passte super. Und irgendwann werde ich mir ein T-Shirt drucken mit «Ich bin nicht umstritten, ich habe einfach immer recht». Unbedingt. Unbedingt. Darüber könnten wir uns auch unterhalten über dieses Umstrittene, das Unwort der letzten Jahre in den Medien, Demokratie, also diese False Balance. Aber komm, wir kommen zum Wochenrückblick. Ich habe etwas mitgebracht, weil ich fast platze. Und zwar wurde ich darauf aufmerksam gemacht von der hochbegabten, hochgebildeten Luise F. Pusch hier einen Dank für das E-Mail, die sofort realisiert hat, dass die Frauen Olympia quasi gewinnen, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Dass aber das Geschlecht dieser Siege, dieser Goldmedaille überhaupt nicht richtig ausgewiesen wird. Und die Medien es irgendwie immer wieder schaffen, dies unter deutschen Athleten wegzupacken. Oder wir haben die Frauen, also Kanu Solalom, Ricarda Funk, dann Dressur Reiten, Isabel Wert, Dorothee Schneider, Jessica von Bredow-Wendel, also das ist im Team. Dann Dressur Reiten. Einzel hat Jessica von Bredow-Wendel, ich nehme hier nur die Goldmedaillen, gewonnen. Dann im Ringen. Aline Rotter-Focken, grossartig. Die Vielseitigkeitsreiten im Einzelnen, die Julia Krajewski. Dann der Weitsprung. Malaika Mihambo, also tolle Frau. Und der Bahnradsport, der Vierer der Frauen, Franziska Brause, Lisa Brenauer, Lisa Klein und Mieke Kröger. Also alles Goldmedaillen, was ein Verhältnis von eins zu sieben unter den Goldmedaillen für Deutschland gibt. Kleine Korrektur, was ich aber jetzt tatsächlich nur zufällig weiss, weil ich heute Morgen Zeitung gelesen habe. Es ist inzwischen zwei zu sieben. Also die Männer haben aufgeholt. Die haben jetzt letzte Nacht die zweite Goldmedaille geholt. Und ich glaube, es ist schön, wenn wir jetzt einfach das ganz anders machen als die Medien. Wir machen Frauen sichtbar und die Männer sind jetzt hier an dieser Stelle mit gemeint. Aber herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite, auch wenn ihr jetzt an dieser Stelle namenlos bleibt. Es ist einfach, was ich realisiert habe, eben nach dem Hinweis von Luise F. Pusch, dass die Medien, die Zahl der Medienartikel zum Geschlecht, also zu diesen grossen Frauenerfolgen und übrigens auch in der Schweiz sehr viel die Hörerinnen und Hörer. Also das ist, dass diese, die Zahlen der Medienartikel zum Geschlecht, dass die Frauen eben höher, weiter und schneller sind, sind schockierend tief. Und das sagt einfach enorm viel aus über die Sichtbarkeit auch eben der Frauen als Gewinnerinnen. Wenn, selbst wenn sie gewinnen, werden Frauen ganz anders in der Berichterstattung aufgenommen, was mich eben zu meiner, zu einer der grossen Journalistinnen in Österreich bringt, Julia Schweiger. Die hat mir denn die Titelseite von Playboy geschickt, die sie in einem Gestell gesehen hat. Und da auch wieder klassisch, die Athletinnen nackt. Also irgendwie, jetzt habe ich den Titel vergessen, so toll sind unsere Olympiaden Athletinnen. Was uns zu dieser Beach-Volleyball, Beach-Handball-Diskussion fühlt, bringt, Frauen sind in den Medien einfach Körper selbst. Wenn sie grossartige Sportlerinnen, Olympia-Goldgewinnerinnen sind, wenn sie Intellektuelle sind, sie werden dann letztlich doch reduziert auf die Sexualität. Und weißt du, wenn man sich die Geschichte anguckt von Olympia, das ist, also ursprünglich war das ja ein reiner Männerwettkampf, Anfang des 20. Jahrhunderts, auch so gestartet, als ein Fest der Männlichkeit war, glaube ich, sogar das Zitat des ersten Ausrichters nach der antiken Olympiade geschenkt. Bitte keine Zuschriften dazu. Also ein Fest der Männlichkeit. Und in dieser ersten Ankündigung war auch benannt, was die Rolle der Frauen sein sollte, nämlich die Frauen sollten diesen männlichen Athleten bei der Feier ihrer Männlichkeit zujubeln. Also Applaus und Klatschen und Männlichkeit feiern und Dekoration. Das war so der Part der Frauen. Dann haben die Frauen sehr früh ihre eigene Gegen-Olympiade ausgerichtet. Gesagt, ey, wir machen ja auch Sport, wir sind auch gut, wir machen unseren eigenen Wettkampf. Und irgendwann wurde das zusammengebracht, aber zum Preis der Sexualisierung. Das war dann das Einzige, was die Männer, beziehungsweise auch dann später im kommerziellen Marketing noch als Zugeständnis mitgemacht haben. Also dann will man eben Frauenkörper auch sehen. Und jetzt werden Frauen stärker. Also sieht man ja auch, die Frauenkörper haben sich ja extremst verändert, seit Frauen nicht mehr in Korsetts gezwungen werden, beziehungsweise im 19. Jahrhundert die wirklich schlecht bezahlten Arbeiterinnenfunktionen einnehmen mussten. Sie sind größer geworden, sie sind muskulöser geworden, sie haben sportlich wahnsinnig aufgeholt. Und jetzt, ja, werden Muskeln sexualisiert und bitte alle im Playboy nackig machen. Bei Männern undenkbar, ne? Also Alexander Zverev, nackig auf der Bild oder auf dem Blick. Nö, würde er wahrscheinlich auch sehr lachen, wenn er diese Anfrage kriegen soll. Ich habe dazu natürlich die These, dass die patriarchale Setzung gleichzeitig immer stärker wird, je mehr sich Frauen emanzipieren und eine eigene Setzung für sich beanspruchen und sichtbar machen. Und der Sport, die ganze Sportkartell als industrieller Komplex ist zutiefst patriarchalisch, sexistisch und auch rassistisch. Und dass das nur ganz langsam aufbricht, ist dem Milliardengeschäft von Olympiade, Fussball, American Football etc. geschuldet. Aber diese patriarchale Setzung als Kompensation der eigentlichen realen Wirklichkeit der Frauengleichstellung und der Sichtbarkeit von uns Frauen ist massiv. Und das führt mich quasi zu meiner Theorie. Ich will nur ganz kurz, was möchte ich die Theorie weiterführen? Und das führt mich zur Unsichtbarkeit der Frauen eben auch im digitalen Raum. Je fortschrittlicher, also je weiter Frauen in die Öffentlichkeit gelangen, auch mit einer öffentlichen Stimme und mit einem öffentlichen Körper, umso stärker gibt es kulturelle und sportive Setzungen, die Frauen wieder völlig auf ihren Körper sexualisieren, rassistisch diffamieren und unsichtbar machen wollen. Und das zieht sich durch, immer wenn Frauen oder die Frauenbewegung stark war, immer wenn Frauen Etappensiege erreicht haben, beispielsweise der Zugang zu den Universitäten, den Zugang zu einzelnen Berufen, dann wurde die Gegenwehr sehr, sehr stark. Und das haben wir gerade wieder sehr deutlich mit der Macht der Bilder. Ich will etwas noch ansprechen. Also ich teile diese Analyse von dir und Luise F. Pusch, dass dieser Aspekt, Frauen holen mehr Medaillen, zu wenig vorkommt in den Medien, aber er kommt vor. Und ich glaube, dass das, also das ist toll, beispielsweise, ich bin Tagesspiegelleserin, große, großer Kommentar dazu und auch der Hinweis, dass auf Funktionärsebene Frauen gar nicht vorkommen im Leistungssport und in Olympia, alles strikt in Männerhand, auch mit dem Hinweis, dass der Frauensport immer noch massiv weniger finanziert wird als der Männersport, aber es sind eben Ausnahmen. Ich glaube aber, dass solche, also wenn eben dann mal ein Artikel unter 50 das thematisiert, wird es als, naja, aber es wurde ja darüber berichtet, abgehakt. Und ich frage mich selber, wie gehe ich denn mit diesem Wahrnehmungsdilemma um? Eigentlich müsste, müsste doch in jeder Zeitung mal der Hinweis kommen, ey, ist das nicht toll, dass unsere Frauen so toll sind, obwohl sie weniger verdienen, obwohl ihre professionelle Sportkarriere weniger gefördert wird. Ja. Und das ist aber nicht der Fall. Also ich habe da selber auch eine Wahrnehmungsverschiebung. Ich freue mich so über jeden einzelnen Artikel, dass sich diese übermacht. Ja, dass du gar nicht realisierst, dass die wirklich entscheidenden Themen im Zusammenhang mit diesen Olympia-Goldmedaillen auch nicht erwähnt werden. Sehr klug. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe mich nur an meine eigene Sozialisation als Kind und Teenager erinnert. Ich war sehr gut in Kugelstossen. Wirklich, weil ich sehr gross bin, sehr athletisch gebaut. Und habe mit 13 oder 14 sofort aufgehört, Kugelstossen. Ich habe sogar eine Medaille gekriegt im Schulsport damals. Aber ich wurde so fertig gemacht, eben mit dieser Medaille. Ich war so stolz. Auch meine Mutter war wahnsinnig stolz auf ihr sportliches Kind. Aber ich wurde so fertig gemacht. Die hat eine Medaille gewonnen. Wisst ihr, in welchem Sport? Natürlich im Kugelstossen. Weil das alles vollständig unweiblich galt, Kraft zu kräftig zu sein. Du kriegst dann 30 Schultern. Aber weisst du, wie erstaunlich das ist, dass ich während unserer Podcasting, dass diese Erinnerung erst jetzt mit deinen Ausführungen dazu, dass Frauen trotz diesen Diskriminierungen so gut werden, dass das mir erst jetzt wieder in den Sinn gekommen ist. Wahnsinnig. Und es sind nicht meine Ausführungen, es sind unsere. Nein, aber ich weiss ja deine Ausführungen, weil ich quasi mit dir mitdenke. Deshalb habe ich deine Ausführungen gesagt. Ich muss die Medaille wieder mal suchen, dann fotografieren wir die ab und machen die für eine Folge. Cool, sehr, sehr cool. Hast du noch ein Thema? Ja, und zwar ging groß über den Ticker. Eine sehr schöne Nachricht, eine tolle Nachricht. Die Wissenschaftsjournalistin Maithin Guyen Kim ist Journalistin des Jahres, ausgezeichnet vom Medium Magazin. Das Medium Magazin hat verschiedene Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet mit dem Titel. Maithin Guyen Kim ist natürlich wirklich eine herausragende, tolle Preisträgerin. Sie ist eine Wissenschaftsjournalistin, oder? Sie ist selber Wissenschaftlerin, wenn ich mich richtig erinnere. Promovierte Chemikerin, sie ist Moderatorin von Quarks, dem Wissenschaftsmagazin auf dem WDR und sie hat einen eigenen YouTube-Kanal, MyLab. Ja, den hat sie eben selber gegründet. Und gerade in der Corona-Zeit hat sie sich selber in die Öffentlichkeit gebracht als Wissenschaftlerin, die den Menschen hilft, zu verstehen, was ist eine Pandemie, was sind gesellschaftspolitische Veränderungen durch medizinische Daten etc. Also macht es hervorragend, ja. Genau. Und jetzt ein kleiner Erfahrungsbericht von mir. Ich war da nämlich auf der Seite des Medium Magazins, weil ich mir auch die anderen Preisträgerinnen und Preisträger angucken wollte. Und da ist so eine, ist ganz schön aufbereitet. Man kann so switchen, also man sieht immer ein Foto, Name und dann kannst du so weitergehen. Und ich habe angefangen und es kamen Frauen. Es kam Katharina Mahnholz vom NDR, es kam Bascha Mika von der Frankfurter Rundschau, es kam Birgit Benzin vom Deutschlandfunk, es kam Isabel Schayani von der ARD. Also in dieser Reihenfolge, ne. Und ich dachte, ey, das ist ja irre toll. Medium Magazin macht Frauen sichtbar, ne. Und ich habe so durchgeguckt, dann kamen auch ein paar Männer. Und also nach dem Durchschauen habe ich gedacht, geil, das Medium Magazin zeichnet viel mehr Frauen aus dieses Jahr als Männer. Und dann habe ich gezählt. Und es stimmt nicht. Es ist Wahnsinn. Also es sind sieben Frauen, die ausgezeichnet werden und acht Männer plus ein Kollektiv, was nicht weiter ausgeführt wird. Und dennoch war ich der Meinung, nach dem Durchgucken dieser Liste, also ich hätte jetzt gesagt, neun zu vier. Zwei Drittel zu ein Drittel, ja. Wahnsinn, oder? Diese Wahrnehmung. Und woran liegt das? Männer tragen graue Sakkos, alle, allesamt. Die gehen unter, man nimmt sie nicht wahr. Und Frauen hatten ganz unterschiedliche Fotos von sich, ne. Bunt, strahlend, sehen anders aus, haben andere, unterschiedliche Frisuren, unterschiedliche Brillen, unterschiedliche Alter. Es gibt noch eine andere Erklärung. Und die möchte ich da zitieren, aus den 1980er Jahren hat eine Abgeordnete, deren Namen ich nachliefern werde, im Text mal gesagt, als Einzelne wirkt die Frau wie eine Blume im Parlament, in der Masse wie Unkraut. Dass unsere Sozialisation derart angelegt ist, dass selbst wenn Frauen zur Hälfte quasi repräsentiert und sichtbar sind, dass sie schon als störend oder als übermächtig da empfunden werden. Du hast selbstverständlich recht, die Frauen sind bunt. Und deshalb, diese Buntheit macht eine Vielfalt aus und ist quasi dann dominanter als diese Grauen, Grau in Grau, Sakko, Männer, Journalisten, die eh alle gleich aussehen unter den Männern. Da hast du sicher auch recht. Ich denke aber, unsere Sozialisation ist tatsächlich so gebaut, dass selbst wenn Frauen nur die Hälfte einnehmen, dass wir sie schon als übermächtig empfinden. Ja, 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 so ist das. Und vom Medium Magazin ist das, glaube ich, auch intendiert, dadurch, dass die ersten fünf Fotos ausschliesslich Frauen zeigen. Ja, ja, definitiv. Und es ist aber sehr spannend, dass selbst hier das passiert ist. Ich habe noch ein weiteres Medienthema, das ist sehr wichtig für den deutschsprachigen Raum, weil es in der Schweiz gab es Vorwürfe von Machtmissbrauch, ungebührliche Avancen und Einschüchterungsversuche des höchsten evangelisch reformierten Pfarrers. Also der Präsident der evangelisch reformierten Kirche Schweiz, die Staatskirche. Und dieser ganze Fall ist schon seit fünf Jahren auch ab und an in den Medien. Ich weiss es einfach von meinen Kolleginnen, den sehr engagierten feministischen Pfarrerinnen. Die haben sich mit Händen und Füssen gewehrt dagegen, dass der Gottfried Locher überhaupt zum Präsidenten gewählt wurde. Und es gab eine üble Medienkampagne gegen diese engagierten Feministinnen, auch innerhalb der evangelisch reformierten Kirche. Und er wurde trotzdem Präsident. Aber es gab, dann musste er zurücktreten, nach irgendwie zwei, drei Jahren. Und jetzt ist der Untersuchungsbericht veröffentlicht worden. Okay. Und der zeigt, dass eben Locher, der Ende letzten Jahres als Kirchenpräsident zurücktreten musste, tatsächlich gegenüber mindestens einer Mitarbeiterin spirituell, ich zitiere, spirituell, sexuell und psychisch übergriffig war. Ich finde es spirituell sehr wichtig, weil das auch das Abhängigkeitsverhältnis zeigt, innerhalb der Hierarchie Kirche. Und statt das Verhältnis auf das Berufliche zu beschränken, habe Gottfried Locher, der Frau, immer wieder unerwünschte Avancen gemacht. Diese Untersuchung muss im Männerbund Land Schweiz wirklich ganz öffentlich und breit diskutiert werden, auch im Verhältnis dazu, dass die Medien, die engagierten Frauen, die wirklich auch öffentlich Stellung bezogen haben gegen Gottfried Locher, enorm unter Druck gesetzt wurden, öffentlich. Und ich bin immer in… Also Sibyl Forrer ist eine meiner grossen Vorbilder als feministische Pfarrerin, die sich enorm engagiert hat und auch exponiert. Und ich bin voller Hochachtung ihr gegenüber, dass sie das ausgehalten hat. Die wurde auch frisch Mutter in der ganzen Geschichte. Und ihr wisst ja, wie Medien gegen Frauen schiessen können. Also von dem her hier eine Anerkennung an Sibylle Forrer und hier eine Anerkennung auch an die Autorinnen des Untersuchungsberichtes, der sehr wichtig ist, um zu zeigen, wie eben sexuelle Gewalt sich auf unterschiedlichste Art und Weise zeigen kann und dass die Männer doch absolut lernen sollten und lehren sollten und die Medien darüber berichten sollten, wie ist eben sexuelle Gewalt in Arbeitsverhältnissen, und wie manifestiert sich das und was ist dagegen zu tun, respektive, dass die Männer endlich merken, es geht nicht. Es ist längst vorbei. Es ist ein Verbrechen sozusagen. Und siehst du eine Veränderung in der Art und Weise, wie Medien das Thema jetzt aufnehmen zum Vergleich vorher? Nein, leider nicht. Ausser eben den Frauen. Und ausser den Frauen berichten sehr wenige Medien, also Frauen Medien, Frau Netzwerke meine ich, Entschuldigung, in Facebook berichten viel zu wenig Medien. Ich habe es über Telebasel, glaube ich, habe ich es gesehen, also in einem, das ist ein Lokalfernsehen. Aber ich finde, dazu müssten noch ganz viele Berichte stattfinden. Mal gucken, ob… Das heisst, wirklich ernst genommen wird das Thema immer noch nicht medial. Ja, und was uns bringt eben zu der Medienstudie, nur ganz kurz, eben in der Schweiz, die Schweiz ist ein medienmännerbündlerisches Land. Das ist Deutschland sicher auch, aber die Schweiz hat erstmals eine gross angelegte Studie mit über Hunderttausenden von Artikeln, der fabelhaft klugen Silke Fürst, die es durchgesetzt hat, dass es endlich eine Medienstudie gibt in der Schweiz. Wir haben schon mal in einer anderen Folge darüber berichtet, wie unterirdisch schlecht die Sichtbarkeit von Frauen in den Schweizer Medien ist. Lediglich die Romandie schliesst da wahrscheinlich ein bisschen besser ab, aber in der Deutschschweiz, selbst die linke Wochenzeitung hat nur 29% Frauenanteil, also wo Frauen als Akteurinnen, als Autorinnen in Erscheinung treten. Und Leute, das ist im Vergleich zum 42% Anteil von Frauen in der Politik in der Schweiz, der hoch ist, 42%, davon träumen die Deutschen, dieser 42% Anteil, also der wird nirgends abgebildet in der schweizerischen Medienöffentlichkeit. Wir haben ja tatsächlich schon mal darüber berichtet. Und im Nachgang zur Veröffentlichung dieser sehr, 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 sehr lesenswerten Studie von der Universität Zürich kamen einige Medienartikel, wo auch Verantwortliche aus unterschiedlichen Zeitungen befragt wurden. Also ganz dieses Trös abgeschnitten hat die NZZ, die sind unter 20% Repräsentanz von Frauen. Das heißt, in über 80% der Fälle, wo über Menschen berichtet wird, wo Menschen zitiert werden, wo Menschen interviewt werden, wo Menschen erwähnt werden, sind es Männer, 80%. Und Medien prägen unsere Wahrnehmung. Dann gab es einen Artikel und ich habe laut gelacht, weil die Redakteurin von der VOTS, also die relativ gut abgeschnitten hat, die aber immer noch peinliche 29% nur erreicht, gesagt hat, na ja, also natürlich sind wir daran interessiert, dass Frauen stärker vorkommen, aber es ist ja nicht damit getan, dass man einfach mehr über Frauen berichtet. Ja. Dann habe ich so gedacht, doch, genau darum geht es. Genau. Und übrigens habe ich diese Redakteurin angeschrieben und habe gesagt, übrigens, sie sind ja auf der Suche nach spannenden Geschichten. Ja, machen. Hier ich Aufmerksamkeit. Ich biete 50 Jahre Frauenstimmrecht, ich schreibe Krimis, ich mache einen geilen, geilen, großartigen Podcast mit der Politphilosophin zusammen, Regula Stempfling. Berichtet über uns. Ja. Ich habe keine Antwort bekommen. Genau. Also Frauen, die dann eben auch sagen, hier, ich, das kommt eben ganz, ganz schlecht an. Das kommt massiv. Also insbesondere in den Schweizer Medien. Ja, auch in den deutschen Medien. Das finden die übergriffig. Das kommt ganz, ganz schlecht an. Ausser ich habe beim Bayerischen Rundfunk tatsächlich, den habe ich angeschrieben und vor zwei Jahren, vor drei Jahren war es. Und ich habe gesagt, so, jetzt lad mich endlich mal im Gespräch ein, weil ich möchte dann nicht, dass es in 50 Jahren heisst, ach, die Regula Stempfli, die berühmte, hochintelligente, hochbegabte Philosophin, war ja auch in München zu Hause. Und wir haben sie nie zum Gespräch eingeladen im Bayerischen Rundfunk. Und die haben mich tatsächlich eingeladen. Ich habe es noch lustiger formuliert, aber die haben mich eingeladen. Also es ist ja die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Die NZZ hat ja erklärt, dass der Frauenanteil so schlecht sei, weil die Neue Zürcher Zeitung vor allem auch eine Wirtschaftszeitung ist. Und die Frauen seien in der Wirtschaft so schlecht vertreten und deshalb sind sie auch kein Thema. Und das ist definitiv die Frage nach dem Huhn und dem Ei, respektive diese Nichtsichtbarkeit von Frauen. Die kommt übrigens auch daher, Isabel Runner, du bist ja viel jünger als ich, die kommt daher, dass die bekannten Frauen vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren oder auch nur vor 5 Jahren, die werden ein Jahr, zwei Jahre vielleicht hochgeschrieben und dann werden sie niedergeschrieben oder aus der Öffentlichkeit gedrängt. Das ist ja auch ein Thema der Medienöffentlichkeit von Frauen, dass es keine Kontinuität von den Heldinnen gibt. Währenddem die männlichen Experten ständig quasi über eine ungebrochene Biografie verfügen. Und da sind wir wieder bei den Bildern. Also diese Liste der 15 Preisträgerinnen und Preisträgern des Medienmagazins ist durchaus symptomatisch. Wenn Frauen medial vorkommen, in den Talkshows sitzen, dann fallen sie viel stärker auf. Also stellen wir uns vor, liebes Publikum in Deutschland, Karl Lauterbach wäre eine Frau gewesen. Karl Lauterbach war ja während der heissen Phase der Pandemie wahrscheinlich immer noch. Der redet sich über alles. Wohnt er eigentlich in den Talkshows. Und er wurde dafür auch kritisiert, dass er so häufig zu Talkshows geht. Wäre er eine Frau, wäre das nicht denkbar gewesen. Nein, nach zwei Monaten wäre das abgeschaltet worden. Nach drei Wochen schon. Ja. Übrigens möchte ich da noch… Im Ernst, glaube ich wirklich. Ja, und da möchte ich etwas beifügen. Als Expertin in Talkshows zu erscheinen, das muss sich Frau auch leisten können. Auch das ist eine Geldfrage. Weil in den deutschen Talkshows gibt es ab und an quasi Entschädigungen oder Spiesen. Aber wie gesagt, also wenn ich wie Karl Lauterbach ständig in den Talksendungen erscheinen müsste, das muss ich mir zuerst leisten können. Also das Geld muss von irgendwoher kommen. Auch das wird viel zu wenig überlegt. Dass Frauen sich auch nicht leisten können, ständig auf jeder Feier zu erscheinen, gratis. Und Franco dieses ehrenamtliche Engagement leisten können, wenn sie nicht über entsprechendes Kapital im Rücken verfügen. Du meinst also deine These, um sie jetzt ein bisschen polemisch auf die Spitze zu treiben, ist, die Talkshows tun uns einen Gefallen, indem sie uns erst gar nicht anfragen. Nein, 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 nein. Weil es wäre zu teuer für uns. Nein, nein, ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, es ist ein Fakt, dass sich Frauen Universitätsstudien, Professuren, diese halbgarigen und halbbatzigen Anstellungsverhältnisse einfach schlicht viel weniger leisten können, als die Männer, die seit Jahrhunderten über mehr Kapital verfügen als die Frauen. So, das heisst es. Ja, lass uns mal zum heutigen Spezialthema kommen, was wir uns vorgenommen haben. Ein historisches Thema, ein grossartiges Thema, ein Thema, was uns sehr stolz machen kann und wo es dennoch ganz viel auch kritisch zu diskutieren gibt, nämlich das Frauenrütli. Und da musst du fürs deutsche Publikum noch erklären, was das Rütli ist. Na klar, also natürlich hoffe ich doch, dass möglichst viele von euch Friedrich Schiller, Wilhelm Tell, mal gelesen haben, ist aber wahrscheinlich schon ein bisschen her. Friedrich Schiller ist nämlich eigentlich der Erfinder des Schweizer Gründungsmythos. Das Rütli ist eine Wiese, eine schiefe Wiese, sage ich immer gerne, am Vierwaldstätter See, also mitten in der Schweiz. Und nach dem Gründungsmythos haben sich da die drei Eidgenossen aus den drei innerschweizerischen Kantonen in einer Nacht- und Nebelaktion anno 1291 getroffen, um auf dem Rütli den Schwur der verschwörten Geschwüre, wie das Kabarett-Duo Marco Cello das in den 90er-Jahren so schön sagte, zu schwören. Also sich zusammenzutun als kleine Bauern gegen den übermächtigen Habsburger Fürsten. Das ist so der Gründungsmythos. A nice fairytale für die bürgerliche Öffentlichkeit des 18. und 19. Jahrhunderts. Ja, genau. Und ganz, ganz wichtig für das Selbstverständnis der Schweiz. Also wir kleine, wir kleines Landvolk, wir zeigen es den Grossen. Wir sind Bauern und wir schaffen es trotzdem in unserer Männlichkeit, uns wehrhaft zu stellen. Darf ich schnell als Historikerin hier ein Grätschen? Weil dieser Mythos wurde wiederbelebt in der Globalisierung, also in der beginnenden Globalisierung nach 1980. Mit den neoliberalen, globalen Weltereignissen kam auch diese rechtsnationale Rüttli-Verehrung viel, viel stärker wieder in die Öffentlichkeit. Auch das eine Kompensationsbewegung der Renationalisierung dürfen wir nie vergessen. Es war überhaupt nicht wichtig, dass Rüttli im 19. Jahrhundert oder auch im Ersten Weltkrieg beispielsweise, es wurde vor allem im Zuge der geistigen Landesverteidigung, also der Nationalsozialisierung Europas, als Gegenströmung erfunden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass der 1. August als Nationalfeiertag, der wurde auch erfunden im 19. Jahrhundert, ich glaube es war um 1890, schlag mich tot, haben die Bürgerlichen entschieden, Ach, die Arbeitenden haben tatsächlich den 1. Mai als arbeitenden Feiertag, und das waren riesige Feste, riesige Aufmärsche, und wir haben keinen einzigen eigenen Feiertag, einen Nationalfeiertag. Also wir mussten sie einen erfinden, und das passte dann sehr gut zum Rüttli-Schwur, zur Wiederbelegung der schweizerischen nützigen Gemeinschaft, die schon irgendwie 1867 oder 1866 eben diesen Rüttli-Mythos enorm aufgebläht hat, mit Geld auch der bürgerlichen Frauen, eben aus staatsbürgerliches Selbstverständnis. Ist aber wirklich Mythologie, Ideologie, die in den letzten 20 Jahren sehr stark gepflegt wurde. Wir sehen das auch am 4. Juli in den USA, wir sehen es am 14. Juli, das sind alles Mythen, die in der globalisierten Welt enorm Zulauf finden, das wollte ich noch sagen. Ja, Mythen sind ja auch wichtig, durchaus für ein Selbstverständnis, aber Mythen können sich auch ändern. Und diese Änderungsbereitschaft, die sehe ich jetzt in der Schweiz noch nicht so wirklich. Es gab einen riesen, also auf dem Rüttli am 1. August finden seit langem die wichtigen Veranstaltungen statt. Also üblicherweise war immer Schweizer Fernsehen da und hat eine große Erst-August-Sendung gemacht mit prominenten, ne? Prominenten Stimmen, Musik, also ja. Und es gab einen riesen, riesen Skandal, als in den 70er Jahren, als die Frauen dann endlich das Stimmrecht bekommen haben, erstmals eine Frau, die Keynote würde man heute sagen, sprach. Also mit Frauen und Rüttli, das ist eine ganz, ganz schwierige Relation. Umso toller, dass im Jahr von 50 Jahre Frauenstimmrecht, das heißt 50 Jahre Demokratie, man kann es gar nicht oft genug sagen. Sehr junge Demokratie. Man kann nicht von einer Demokratie sprechen, wenn die Hälfte der Bevölkerung von der Gesetzgebung ausgeschlossen ist und nicht mitwählen darf. Das ist keine Demokratie. Also im Jahr 50 Jahre Demokratie hat es Allianz F, das ist der Dachverband der Schweizer Frauenverbände in der Schweiz, geschafft, das Rüttli zu bekommen am 1. August. Für eine Veranstaltung ausschließlich für Frauen, Klammer, und ein paar wenige Funktionäre und Pressevertreter, Klammer zu, ne? Und da wirklich ein historisches Event an einem historischen Ort zu einem historischen Anlass durchzuführen. Mit ausgewählten, ja man kann sagen, den wichtigsten Frauen der Schweiz. Allianz F, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland und Österreich, das ist ein Dachverband mit 150 Mitgliedsverbänden. Die reichen von den Juristinnen Schweiz über die Landfrauen über kirchlich engagierte Frauen. Akadebikerinnen der Schweiz. Ja, genau, alles Mögliche. Also 150 Mitgliedsverbände. Und insgesamt sind über diese Mitgliedsverbände eine knappe halbe Million, 400.000, 450.000 Schweizerinnen über Allianz F organisiert. Da die Schweiz ja nur acht Millionen Einwohner hat, ne? Und über die Hälfte davon sind Frauen, kann man sagen, jede zehnte Frau ist organisiert über Allianz F. Also das ist wirklich eine Marke. Allianz F hat auch diese grandiose Initiative gestartet, Helvetia ruft. Eine überparteiliche Initiative, die dazu geführt hat, dass bei der letzten Wahl der Frauenanteil im Nationalrat mal eben um zehn Prozentpunkte gestiegen ist auf 42 Prozent. Also wirklich ein sehr sichtbarer Verband, also anders, Entschuldigung, als der Deutsche Frauenrat in Deutschland, der Deutsche Dachverband der Frauenorganisation. Allianz F ist wirklich eine Marke. So, jetzt also Frauenrütli, wir hatten das grosse Pech. Es hat geregnet den ganzen Tag und zwar in Strömen. Ich habe dann gesagt, eigentlich passt das, weil der Kampf der Schweizerinnen um Gleichberechtigung und ihr Wahlrecht, das war auch kein Sonnenspaziergang, ne? Also es war schon sehr regnerisch und stürmisch. Und es bleibt stürmisch und regnerisch, weil ich würde die «50 Jahre Frauenstimmrecht» auch unter dem Motto sehen, bis vor 50 Jahren standen die Schweizerinnen unter männlicher Vorherrschaft und Vormundschaft. Vormundschaft. Ich wünschte mir, weil ich selber an mir festgestellt habe, dass ich die letzten 20 Jahre einer falschen Erzählung angehängt bin. Zum Beispiel die Formulierung, Männer wollten ihre Macht nicht teilen, ist komplett falsch und ein komplett falscher Fokus und macht diesen Sklavinnen-Status der Frauen nicht sichtbar. Es ging tatsächlich um die Befreiung der Frauen aus der männlichen Vormundschaft. Und diese Narrative der letzten Jahrzehnte, die wurden dieses Jahr auch wieder wiederholt. Vom Politologen Werner Seitz, den ich sehr schätze, der zum Beispiel meint, ach, die Frauen in der Schweiz hätten, weil die Vorgängerorganisation der Allianz F war der Bund schweizerische Frauenorganisation, also die Schweizerinnen waren ganz weit vorne in der Selbstorganisation, die haben auch enorm viel geleistet in der Sozialhilfe und Sozialpolitik. Und der Politologe meint dann im Rückblick, ja klar, es war eben nur die Sozialpolitik oder die Sozialhilfe, aber dadurch hätten die Frauen sich politische Kompetenzen aneignen können. Und diese Sätze werden ständig wiederholt. Das sind 2021, sind es Narrative des totalen Paternalismus, dem ich mich teilweise wahrscheinlich auch schuldig gemacht habe, im Sinne von viel zu wenig Bewusstsein, trotz meiner kämpferischen Erzählung und Dissertation vom Ersten bis und mit dem Zweiten Weltkrieg. Ich finde das wirklich, es bleibt ein ewiges Trauerspiel. Aber gehen wir zurück zum Frauenriktli. Ja, und ich will das hier auch in aller Deutlichkeit sagen und auch mein Dilemma sichtbar machen. Ich finde es großartig, dass es diese Veranstaltung gab und ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und von daher ist es mir auch wirklich wichtig, auch an der Stelle nochmal sagen, Allianz F, danke, dass ihr das hinbekommen habt und dass ihr diese Arbeit übernommen habt. Und dennoch habe ich an der Art der Durchführung Kritik und finde es lohnend, das auch mal zu diskutieren. Und ich weiß auch, da gibt es verschiedene Meinungen und ich habe halt jetzt diese. Also für mich ist das Jahr 50 Jahre Frauenstimmrecht 2021 ein hochpolitisches. Und genau das, was du angesprochen hast, muss thematisiert werden. Also bis 1971 gab es einen Sklavenstatus der Frauen, insbesondere der verheirateten Frauen. Sie waren rechtlos. Das ist kein Tralala, Tralala. Sie konnten halt nicht wählen gehen an diesen schönen Feiersonntagen. Die hatten keine Rechte. Sie waren nicht gleichberechtigt. Und das ist ein Unrecht, was aufgearbeitet, was aufgearbeitet werden muss. Und der Bund muss Stellung dazu nehmen. Er muss es anerkennen, wie er schon andere Unrechte anerkannt hat in seiner Geschichte. Das ist die Grundvoraussetzung, damit wir arbeiten können. Denn dieses 1971 hat in der Schweiz bis heute Folgen. Das ist nicht so, dass das mit uns nichts zu tun hat. Dadurch, dass die Frauen ausgeschlossen waren aus der Gesetzgebung, waren alle Gesetze, die vor 1971 entstanden sind, ohne die Interessen der Frauen entstanden. Und ganz viele Gesetze gelten bis heute. Gegen Frauen formuliert. Und die Frauen mussten selber die Vergewaltigung in der Ehe durchboxen als Straftatbestand. Die Frauen mussten selber durchboxen. Also es war wirklich nur dank den Frauen an der Uni diese Gesetze durchgegeben. Eherecht einführen 1988. Aber bis heute gelten Rechte aus der Zeit, die Frauen diskriminieren. Es gibt keine Individualbesteuerung in der Schweiz. Es gibt keine gleichberechtigte Elternzeit in der Schweiz. Es gibt keine gleichberechtigten Rahmenbedingungen. Das ist die fucking Aufgabe eines Staates. Gesetze zu schaffen, die Rahmenbedingungen im Sinne einer gleichberechtigten Chancenentwicklung schaffen. An den Universitäten, im Nationalfonds, in der Pro Helvetia, in allen wichtigen kulturellen Institutionen, übrigens auch in Deutschland, in Österreich sieht es besser aus, sind Männern vorbehalten, immer noch zum grossen Teil. Aber das ist mein Hintergrund und das war meine Hoffnung. Meine Hoffnung war, dass das eine ganz, ganz politische Veranstaltung wird, wo das ganz klar thematisiert wird, wo auch diese klare Forderung nach einer Entschuldigung des Bundes aufs Tableau kommt, wo klar gesagt wird, was das bedeutet, dass Frauen das Stimmrecht nicht hatten und zwar zu Unrecht nicht hatten. Das passierte aber nicht. Also Allianz F hat sich für ein anderes Konzept entschieden, ein Konzept der Fröhlichkeit, ein Konzept des Nicht-Aneckens, ein Konzept der Vielfalt. Wenn man so eine Veranstaltung macht, muss man heute daran denken, was für Bilder produziere ich. Die Bilder, die ich bei so einer Veranstaltung produziert hätte oder versucht hätte zu produzieren, wären völlig andere gewesen als das, wofür sich jetzt Allianz F entschieden hat. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ein Dachverband halt 150 verschiedene Verbände unter einen Hut bekommen muss und immer noch kritisiert wird. Aber beispielsweise allein, dass Allianz F den 1. August des Rüdli kriegte, hat dazu geführt, dass die Geschäftsstelle bedroht wurde. Das wurde aber nie öffentlich thematisiert. Ah, habe ich auch nie gehört, ja. Und Emil, das ist ein Politikum, das muss man auch ansprechen. Es ist kein Spaziergang, es ist kein Sonnenspaziergang, sich für Frauenrecht einzusetzen und auch heute noch nicht. Also. Und ich muss noch jemanden sichtbar machen, und zwar Zita Küng, die grosse Zita Küng. Die hat nämlich eigentlich diese ganze Frauen-Rüdli-Geschichte auch ins Rollen gebracht, indem sie nämlich schon vor drei, vor vier Jahren realisiert hat, es braucht auf Bundesebene wirklich eine grosse Feier. Sie hat den Verein CH2121 gegründet. Sie und auch sie wurde nicht sichtbar an diesem Frauen-Rüdli, obwohl sie eine der wichtigsten Frauen in der Schweizerischen Frauengeschichte, in der Zeitgeschichte ist, die enorm viel beiträgt, auch als Mitgründerin der Feministischen Universität und ihre gesamte Arbeit der letzten 30 Jahre. Und sie wurde nicht sichtbar gemacht und geehrt. Das würde eben auch wieder zu meiner Analyse passen, wenn du ein Konzept hast der Fröhlichkeit, der Vielfalt, eher des Kommunismus. Nein, das gefällt mir nicht, der Begriff hier. Ja, lass mich mal ausführen. Und eben nicht der Machtfrage, nicht die Machtfrage ins Zentrum stellst. Macht hat auch immer etwas mit Hierarchie zu tun. An diesem Event, das war so hochkarätig besetzt, abgesehen davon, dass die Spitzen der Frauenverbände da waren. Die hatten zwei Bundesrätinnen, also kleine politische Bildung. Die Schweiz hat sieben Bundesrätinnen und Bundesräte insgesamt. Das ist unsere Bundesregierung. Zwei davon waren da, Simonetta Sumaruga und Viola Amherd. Und es gibt drei Frauen in der Regierung, ja. Mehrere Nationalrätinnen waren da. Die wurden aber in ihrer Macht nicht sichtbar. Genau, und das war eine bewusste Entscheidung, das eben nicht so zu machen. Eben mal was anderes, was Innovatives. Es gab dann eben Bilder von tanzenden Frauen und nicht von Frauen, die Probleme in den Mittelpunkt stellten und die Machtfrage stellten. Und dazu gehört auch das, was du gerade gesagt hast. Also ich hätte mir gewünscht, wirklich gewünscht, dass die Frauen, die sich jetzt wirklich den Arsch aufgerissen haben, in den letzten zwei, drei, vier, fünf, 50 Jahren, auch wirklich genannt werden. Dass man sagt, ey, heute sind so viele geile Frauen da. Unter anderem Zieter Küng von CH2021. Oder von der Podcastin Regula Stempfli und Isabel Rohner, die auch noch das Buch rausgegeben hat. Also ja, ich hätte mir auch eine Erwähnung von mir gewünscht. Und ich weiss, dass jetzt ganz viele wieder denken, oh, die ist so eitel. Nein, Männer machen das auch so. Also sie werden vor allem von den Kollegen auch gerühmt. Währenddem du geredet hast, ist mir beim sprechenden Denken das Bild gekommen, dass alle Fortschritte, punkto Demokratie, Sozialpolitik, auch Kulturpolitik, und da kommt jetzt der Kommunismus rein, vergemeinschaftet werden, wenn es die Frauen gemacht haben. Also bei Frauen wird alles vergemeinschaftet, gehört dann der Allgemeinheit, ist dann quasi nicht individualisiert. Und alle Erfolge, die von Männern erreicht werden, die da sehr wenige sind, werden sofort individualisiert. Und es werden sofort Sichtbarkeit und Namen genannt. Ich nenne noch mal das Beispiel der europäischen Bürgerinnen-Initiative, die nur dank Regula Stempfli so heisst und auch so ausgestaltet ist. Und das wird unsichtbar gemacht. Das ist unfassbar. Also das ist quasi wie Zeitgeschichte. Hallo, ich war da. Hallo, ich habe das Konzept gemacht. Und die Demokratie Stiftung Schweiz, Bruno Kaufmann, ein in den Medien, der SRF-Korrespondent in Skandinavien, die verweigern sich bis heute, mich sichtbar zu machen, als Namen zu nennen. Wären sie es gewesen, die sowohl das Konzept, das geniale Konzept, als auch den Namen entwickelt hätten, stell dir vor, dann würden wir alle Jahre den Tag der europäischen Bürgerinnen-Initiative feiern. Na klar, na klar. Und das hat sich gezeigt auf dem Frauen-Rütli. Eben, jeder Fortschritt, wenn Frauen etwas machen, dürfen sie nur kollektiv erscheinen. Sie dürfen nicht als Individuen, als unterschiedliche Individuen, als Heldinnen, als unterschiedliche Heldinnen, mit ganz unterschiedlichen Charakteren, ganz unterschiedlichen Körpern, ganz unterschiedlichen Frisuren erscheinen. Und du hast recht, Kollektivismus ist der richtige Begriff. Ich ziehe Kommunismus hiermit zurück. Kollektivismus ist das, was ich meinte. Entschuldigung, Allianz F., ihr wisst, ich schätze euch und ihr engagiert euch sehr. Extrem wichtig. Aber ich muss das jetzt hier wirklich, wirklich kritisieren. Für mich der Tiefpunkt war, dass vier Frauen ausgezeichnet wurden und diese Auszeichnung per Los geschah. Was für eine vertane Chance. Also die Frauen auszuzeichnen, die in der letzten Zeit geackert haben. Und was für eine Botschaft. Also Frauen sind eben wirklich ein Kollektiv, eine uniforme Masse, aus der man wie aus einer Glückskugel einfach vier Namen ziehen kann. Sehr klug. Das fand ich ganz… Also sehr klug, deine Kritik meine ich. Ganz, ganz, ganz schade. Und es hat halt Auswirkungen. Es geht aber auch wieder ums Kapitel. Ja, aber weisst du, die Berichterstattung, die ist ja nun sowieso, ja, aber die ist ja sowieso nicht besonders frauenfreundlich. Du hast nochmal die Analyse der Uni Zürich genannt. Ja, aber ich habe noch Zahlen dazu. Aber wenn man ihr kein Futter gibt, dann kommt sowas raus, wie passiert ist am 1. August. Die Tagesschau überschreibt den Artikel mit Veggie Lunch statt Servela. Servela ist eine Schweizer Wurst. Veggie Lunch statt Servela. Nicht Frauen fordern die Macht. Frauen fordern eine Entschuldigung. Genau, also nicht der Bundesrat entschuldigt sich für die Vormundschaft, die jahrhundertealte Vormundschaft und Sklaven in den Status der Frauen. Genau, das war nicht die Abseile. Übrigens, übrigens habe ich das Thema angesprochen. Ich habe eine Zahl dazu. Ich habe eine Zahl dazu auf der Schweizerischen Mediendatenbank. Nur ganz kurz. Auf der Schweizerischen Mediendatenbank habe ich eingegeben, du kannst ja, du kannst ja, ich habe ja das oft gemacht vor zehn Jahren schon, jetzt mache ich es wieder für die Podcasting, dieses Rating-System, das ich entwickelt habe. Und da kannst du bestimmte Keywords bestimmt kennzeichnen, weil es ist nicht so ein gutes Suchsystem wie andere Browsers. Aber auf der SMD habe ich eingegeben, Frauenrüttli, das ein fester Begriff war 2021, weil wir ja darauf gearbeitet haben und da auch eingeladen wurden. Übrigens von Zita Kim wurde ich eingeladen, ich persönlich. Und ich möchte ihr hier an dieser Stelle nochmal danken und mich vor ihr verneigen für ihre Arbeit. Danke auch von meiner Seite, liebe Zita. Du machst einen brillanten Job. Absolut. Sie ist wirklich ein grosses Vorbild und eine grosse menschliche Freude, dass es sie gibt. Es ist so schön, dass es sie gibt. Also und auf der SMD habe ich diesen festen Ausdruck Frauenrüttli eingegeben und es gibt lächerliche 153 Hits dazu. als Artikel im Vergleich. Der 1. August, also das Frauenrüttli war am 1. August, der 1. August kriegt sage und schreibe 11.653 Resultate. Und das nur im Jahr? Ja, das ist in diesem Jahr. Das ist in diesem Jahr. Und diese Zahlen sagen eigentlich alles aus über die jahrzehntelange Arbeit im Hinblick auf dieses Jubiläum von den Frauen und dem Kapital, das auch von den Frauen selber eingegeben werden musste. Also der Bund hat kein Geld hier zur Verfügung gestellt oder nur eben am Rande ein bisschen mitfinanziert. Und es war die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, denen wir auch danken, eben die das ermöglicht hat. Das ist eben die Gemeinnützige Gesellschaft, dass sie das Geld und die Rüttli-Wiese zur Verfügung stellen für die Organisation. Aber es macht mich fassungslos. Und selbst diese kleinen, diese wenig Präsenz, dieses wenige Geld, das dafür ausgegeben wurde, war der Weltwoche ein den Anlass, wirklich unmöglich in Artikeln, die undemokratische Art und Weise anzuklagen, dass jetzt ausgerechnet nur Frauen auf dem Frauenrüttli teilnehmen dürfen. Ja, schlimm. Übrigens habe ich das Thema Entschuldigung des Bundes selber eingebracht in die Veranstaltung, aber nur sehr nebenher. Ah ja, das musst du erzählen. Ja, genau. Also eben, zwei Bundesrätinnen waren da und man macht aber kein Talk mitten auf der Bühne und man macht auch keine politische Keynote mit denen oder man macht kein Streitgespräch mit denen, sondern man verlegt sie in kleine Zelte, wo dann jeweils nur 20 Frauen per Los am Talk teilnehmen konnten. Ich oute mich an dieser Stelle. Ich habe das Los für den Talk mit Simonetta Sumaruga nicht gewonnen, war aber trotzdem da. Kleine Revolution. Naja, anyway, jedenfalls habe ich sie angesprochen. Ich habe mich auch sehr bedankt, dass sie an dem Tag da ist, habe aber auch darauf hingewiesen, dass viel lief im Jubiläumsjahr aufgrund von engagierten Organisationen, Einzelmenschen, Privatpersonen und der Bund sich da sehr zurückgehalten hat. Und ich habe sie gefragt, wie wir es denn hinbekommen, dass sich der Bund für das den Frauen angetanen Unrecht offiziell entschuldigt und dieses Unrecht anerkennt. Also die Schweizer Regierung soll sich entschuldigen. Yes, genau. Da gibt es nämlich auch Möglichkeiten der Kompensation. Da hätte ich einige Vorschläge. Ja, und wie war das? Wie lautete die Antwort? Ach, Simonetta Somaruga ist eine Feministin, eine sehr engagierte, eine kluge, eine nette, eine Politikerin. Also sie meinte, ich wäre nicht die Einzige, die diese Forderung aufstellt und sie hätte die auch schon gehört. Und sie findet auch, das wäre Unrecht gewesen. War es übrigens auch objektiv, was den Frauen angetan wurde. Also nicht nur, weil Simonetta Somaruga das findet oder weil ich das finde. Aber man müsste doch jetzt auf die Gegenwart gucken und auf die Punkte, die man jetzt eben ändern müsse. Ich finde, man kann das eine ohne das andere nicht machen. Also man muss die Vergangenheit anerkennen und man muss anerkennen, dass das ganz viel mit unserer Gegenwart zu tun hat. Und dann kann man es nämlich auch erfolgreich umsetzen. Und was ich daraus gelernt habe, ist tatsächlich diese Sichtbarkeit, die sprachliche Sichtbarkeit, die namentliche Sichtbarkeit, die ganz anderen Erzählungen sichtbar machen, dass so Sätze entlarvt werden wie, ach, die Schweizer Frauen wollten die Männer nicht erschrecken, wie Politologen sagen. Und immer wieder darauf hinweisen, dass wenn Politologen sich zum Frauenstimmrecht äussern, dass sich da die ehemaligen Masters über die Sklaven äussern und breitschlagen. Und das einfach wirklich nicht nur polemisch, sondern faktisch, analytisch in den politischen Diskurs reinbringen. So gut. Die Frauen wollten die Männer nicht erschrecken. Das war jetzt auch der Fall am 1. August. Ja. Also mit so einer kollektivistischen, nicht kommunistischen Rohnerin, kollektivistischen Veranstaltung. Man wollte sie nicht verschrecken. Hedwig Dom hat dieses kluge Zitat gesagt, «Mehr stolz ihr Frauen, der Stolze mag missfallen, aber man verachtet ihn nicht». Und ich mit mehr Stolz, mit mehr Würde, würde, ja klar geht man dann in Konflikte rein. Und klar sind die, sind die sehr unangenehm. Das merken wir ja auch immer wieder. Aber ohne Konflikte verändert sich nichts. Und ich würde gerne, wenn du einverstanden bist zum Abschluss, Zitat einer amerikanischen Historikerin aus dem 19. Beginn des 20. Jahrhunderts sagen, nämlich Mary Ritter Beard. Ah, Mary Ritter Beard. Ja, fantastisch. Die das kluge Zitat gesagt hat, um ermessen zu können, was es heißt, keine Geschichte zu haben, lasst uns annehmen, wir wüssten nichts von der Geschichte des Mannes. Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli. beginnst ein stoppesch洗usions, von der Geschichte des Mannes. Das war die Vibung. vertagung. Vielen Dank.